Von einer Szene, die der deutsche Stadt verachtet, Neonazis werden laufen gelassen, anstatt verhaftet. Polizei, sie greift nicht ein, bald ist Nazi-Deutschland weg, mach deine Augen lieber auf, denn der Stadt schaut weg. Ibex versteht jetzt ja durchaus auch etwas von Politik. Also er spricht ja Themen an, die jetzt auch den Grünen nicht so fremd sind. Er spricht von dieser ganzen NSU-Geschichte, das hat ihn sehr bewegt. Er ist ja auch nicht der einzige Jugendliche, den das bewegt hat. Das ist ein Signal, was da ausgesendet wurde und gerade auch an Jugendliche mit Migrationshintergrund, die gesagt haben, wie kann das sein? Er rappt ja, Nazi-Deutschland is back. Ist das eine berechtigte Sorge? Also es ist eine berechtigte Sorge, weil es gibt natürlich tatsächlich sehr viel militante Rechtsradikale, wogegen ich häufig auch selber auf die Straße gehe. Aber was bei dieser NSU-Mordserie das Schockierende war, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft in alle Richtungen ermittelt hat, sie hat es sogar für möglich gehalten, dass die Opfer der Straftaten selbst zu einer Tätergruppe gehören. Aber sie sind nie auf die Idee gekommen, dass es vielleicht auch einen rechtsradikalen Hintergrund haben könnte. Natürlich muss man immer in alle Richtungen ermitteln. Ein Jugendlicher mit Migrationshintergrund macht da auch manchmal im Alltag Erfahrungen, dass er merkt, ich wäre wegen meiner schwarzen Haaren oder meiner dunklen Haut von der Polizei öfters kontrolliert, als mein blonder Mitschüler, der die gleichen Dinge anstellt wie ich, aber der kriegt dafür weniger Stress. Die Politik verbietet Drogen, denn sie macht damit kein Cash. Können Sie das kommentieren? Ja, also wir wollen ja eine andere Drogenpolitik machen. Einmal, wo wir die Drogengebraucher nicht kriminalisieren und zum anderen, indem wir nachdenken darüber, wie kann man legal kontrollierte Märkte schaffen, damit wir einerseits die Drogen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität rauskriegen, wo viele ja auch nur deshalb Kontakt bekommen, weil sie weiche Drogen konsumieren und dann harte gleich mit angeboten werden. Und der Staat würde allerdings, wenn wir es legal kontrolliert abgeben, auch Cash machen, weil wenn wir natürlich sagen, wir geben Cannabis über Apotheken oder Cannabis-Shops oder dergleichen lizenziert ab, dann heißt das, da wird auch Mehrwertsteuer drauf erhoben und dann nimmt der Staat auch Geld ein. Aber der Krieg gegen die Drogen ist ja nicht nur in unseren Ländern in Europa gescheitert. Der Krieg gegen die Drogen wird in Mexiko, in Kolumbien ja wirklich militärisch geführt. Viele Menschen sind Opfer dieses Drogenkrieges. Das gäbe es alles nicht, wenn es diese enormen Gewinnspannen beim Drogenhandel nicht durch die Illegalität der Drogen gäbe. Deshalb brauchen wir da neue Wege. Wir müssen natürlich dabei auf Jugendschutz und Prävention und so weiter ganz stark achten. Aber die Illegalisierung hat das Problem eher verschärft, als dass es zur Lösung des Problems tatsächlich beigetragen hat. Mach deine Augen auf und sieh der Wahrheit ins Auge, die Politik, sie kommt nicht an, hier vor sich Menschen...